Musik 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 Die Exporial in München wurde auch in diesem Jahr ihrem Ruf als internationale Networking-Plattform gerecht. 1.700 Aussteller und 38.000 Teilnehmer, beides Bestwerte im Vergleich zu den Vorjahren, trafen sich auf der 15. Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen zum intensiven Austausch unter Branchenkollegen. Ein Höhepunkt der diesjährigen Messe war die Gründung der neuen Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland. Die BID ist ein Zusammenschluss der wichtigsten Verbände aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Zu den derzeit acht Mitgliedsverbänden der neuen Arbeitsgemeinschaft gehört auch der GdW. Der Präsident Axel Gedaschko war maßgeblich an der Initiierung der neuen Bundesarbeitsgemeinschaft beteiligt und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Hier gibt es keinen, die Großen bestimmen die Kleinen oder eine Mehrheit kann eine Minderheit irgendwie in eine Ecke inhaltlich drängen. Das kann nicht passieren, sondern es geht darum, das war auch am Anfang der Veranstaltung ein ganz wesentlicher Inhalt, zu schauen, gibt es eine große Schnittmenge von Gemeinsamkeiten. Und da haben wir ganz schnell gesehen, die gibt es. Deshalb fühlen wir uns hier sehr wohl, weil wir eben wesentliche Themen vertreten sehen durch die BID. Unabhängig davon wird es immer Themen geben, die spezifisch GdW sind. Die werden wir dann auch spezifisch GdW-mäßig vertreten. Von daher denke ich, haben wir eine optimale Arbeitsweise gefunden, um alles das, was uns bewegt, politisch auf den Markt zu bringen. In zahlreichen Talkrunden diskutierten die Vertreter der Verbände gemeinsam mit politischen Gästen und den Standpartnern Themen, die die Immobilienwirtschaft derzeit beschäftigen. Für den GdW war vor allem die Forderung nach bezahlbarem Wohnen von hoher Bedeutung. Neubau dürfe nicht nur für Reiche erfolgen. Vor allem in den Ballungsgebieten bestehe ein Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Hier fordern wir ein Umdenken, das darin bestehen muss, erstens die Grundstücke zu akzeptablen Preisen an den Markt zu geben. Mit Ausschreibungsverfahren, wo diejenigen belohnt werden, die ein gutes Konzept haben, was gesellschaftspolitisch notwendig ist für die Zukunft, insbesondere demografisch. Wo aber auch der Bund Wohnraumförderungsmittel zur Verfügung stellt für die Länder, die die Länderzweck entsprechend zur Verfügung stellen, sodass eben auch Wohnraum geschaffen werden kann. Insbesondere im mittleren Preissegment, sodass ein Sicker-Effekt eintreten kann, dadurch, dass mehr Wohnungen im mittleren Preissegment gebaut werden. Und dadurch auch im unteren Preissegment Möglichkeiten wiederum wachsen, diese Wohnungen auch für Menschen, die es eben brauchen, nach wie vor, dass sie auch diese Wohnungen kriegen. Die Energiewende war auch in diesem Jahr ein Schwerpunktthema auf der Expo Real. Ihre Auswirkungen auf den Neubau und den Bestand der Wohnimmobilien beschäftigen vor allem den GdW, der seine eigene Position in München klar formuliert hat. Wir brauchen eine grundsätzliche Abkehr von der Betrachtung, wir müssen Primärenergie vermeiden. Primärenergie vermeiden bedeutet letztendlich, wir können nur über Dichten und Dämmen nachdenken. Und das ist das, was ich sagte, was einfach und dumm ist. Wenn wir darüber diskutieren, wie wir CO2-Vermeidungsstrategien erfolgreich umsetzen, haben wir ganz andere technische Möglichkeiten in Ergänzung von Dichten und Dämmen, sodass man einen kostenoptimalen Ansatz wählen kann, der auch bezahlbar bleibt und der letztendlich sowohl aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter sozialen Gesichtspunkten der gangbare sein dürfte. Nehmen ist einfacher als sparen, lautete ein weiterer Programmpunkt zur steuerpolitischen Agenda aus Sicht der Immobilienwirtschaft. Die Überlegungen der Politik zu einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer bewertete die Geschäftsführerin des GdW als große Gefahr für die Wohnungswirtschaft. Wir beschäftigen uns aktuell sehr intensiv mit dem Thema Vermögenssteuer, das ja von einigen SPD-geführten Ländern thematisiert wird. Und wir sehen hier eine sehr, sehr große Gefahr für die Immobilienwirtschaft. Wir sind so die typische Opferbranche in diesem Zusammenhang, vermögensstark, ertragsschwach. Und sollte eine solche Abgabe kommen, würden wir auf jeden Fall die Investitionsfähigkeit der Branche als ausgesprochen gefährdet einschätzen. Mit Blick auf die Herausforderungen für Immobilienfinanzierungen im kommenden Jahr fällt das Fazit der Diskussionsrunde ohne Moos nichts los in Sachen Zinsniveau noch optimistisch aus. Langfristig rechnet allerdings auch der GdW mit Auswirkungen durch die Maßnahmen Basel III und Solvency II. Also wir haben gerade in der Diskussionsrunde eigentlich ganz gut herausgearbeitet, dass wir aktuell aus Basel III und Solvency II zumindest auf eine Sicht von ein, zwei Jahren jetzt noch keine so konkreten Auswirkungen erwarten, weil insgesamt in Europa doch das Zinsniveau bedingt auch durch die Finanzkrise sehr, sehr niedrig ist. Aber es ist einfach so, dass beide aufsichtsrechtlichen Mechanismen eine höhere Eigenkapitalunterlegung des Kredits erfordern. Und das kann langfristig nicht ohne Auswirkungen auf die Zinshöhe bleiben. Und wenn die Zinsen steigen, ist das für uns natürlich immer ein sehr, sehr immenser Kostenfaktor. Und um für die zukünftigen Aufgabenfelder der Immobilienwirtschaft gegenüber der Politik stark und einheitlich aufgestellt zu sein, setzt man beim Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen auf die neue Bundesarbeitsgemeinschaft BID. Also ich glaube, gerade in dem Bereich ist es sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten als Immobilienwirtschaft und mit einer Stimme sprechen. Bei diesen Themen müssen wir auch in Brüssel mit einer Stimme sprechen, denn diese Mechanismen kommen ja im Endeffekt von Brüssel auf uns zu. Und das gelingt uns in diesen Themen schon recht gut und da müssen wir auch weiter intensiv dran arbeiten. Denn wenn die Finanzierungsbedingungen der Branche nicht stimmen, dann können wir auch nicht investieren. Ich glaube, jetzt müssen wir erst mal zeigen, dass das, was wir angekündigt haben, auch funktioniert. Das bedeutet, dass jeder der Beteiligten sich ein Stück zurücknehmen muss. Man ist nicht mehr autonom unterwegs. Und das in den nächsten zwölf Monaten schlicht und ergreifend durch gute Arbeit unter Beweis zu stellen, das sollte das nächste Ziel sein. Das ist Schluss. Das ist ein Stück für's. Das ist ein Stück für's. Also, das ist ein Stück für's. Das ist ein Stück für's. Untertitelung des ZDF, 2020